Es gibt natürlich viele Gründe, wofür Mettler Toledo als Arbeitgeber sprechen. Man ist im internationalen Umfeld tätig und hat ganz viele spannende, innovative Produkte hinter dieser Marke. Für mich persönlich haben aber die Menschen den Ausschlag gegeben, mich für die Firma zu entscheiden. Mettler Toledo-Mitarbeiter weltweit sind stolz, ein Teil dieser Familie dürfen sein und man merkt das auch, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Und solche Leute suchen wir auch, die wirklich wollen und hinter einer Firma stehen können. Bei Mettler Toledo wird Hands-on-Mentalität gelebt und eigene Initiativen grossgeschrieben. Ich persönlich habe Mettler Toledo vorher nicht gekannt, meine Freunde können das heute nicht mehr behaupten. Ich habe Mettler Toledo als eine Firma kennengelernt, wo Weiterbildung und Weiterentwicklung wichtig sind. Denn nur ein fachlich kompetentes Team schafft auch einen Wettbewerbsvorteil. Mitarbeiter mit Potenzial haben die Möglichkeit, an vielen Standorten von Mettler Toledo, sei das in USA, in Asien oder Europa, die gleichen oder auch andere Funktionen wahrzunehmen. Mettler Toledo bietet so mit vielen Standorten auf der ganzen Welt und einer offenen Mentalität ein optimales Sprungbrett für deine Karriere. Ich arbeite gerne für Mettler Toledo. Ich interessiere mich vielseitig und kann diese Interessen hier gut ausleben. Zum Beispiel arbeite ich in globalen Marketingkampagnen und wir gehen sehr flexibel auf Länderbedürfnisse ein, sodass die Kampagnen weltweit ein Erfolg werden. Ich habe aber auch die Freiräume, neue Projekte zu testen, neue Tools auszuprobieren oder mit Kollegen in internationalen Teams zusammenzuarbeiten. Ich bin vor kurzem Vater geworden und auch mein Team hat mich sehr flexibel unterstützt, auch wenn ich zum Teil von zu Hause gearbeitet habe oder zu komischen Zeiten. Mettler Toledo steht für mich für Flexibilität und für einen Arbeitsplatz, der nicht langweilig wird. So vielfältig wie die Produkte sind, so unterschiedlich sind auch die Jobmöglichkeiten und Aufgabengebiete hier bei Mettler Toledo. Als ich mich über die Stellenangebote informiert habe, war ich überrascht über die Vielseitigkeit der angebotenen Position. Menschen mit den unterschiedlichsten Ausbildungen und Studienrichtungen arbeiten hier zusammen. Betriebsökonomie, Transportwesenlogistik, Informatik, Kommunikation, Marketing, Umwelttechnik, Prozessmanagement sind nur ein paar Beispiele der Studienrichtung meiner Arbeitskollegen hier bei Mettler Toledo. Was Mettler Toledo macht wirklich besonders, ist die innovativen und passionnenden Menschen, die für die Excellence streiten. Komm und besitze Mettler Toledo und versuche heute für euer Zukunft. Das hat auch, dass die Umwelt qualifilität vor noch nie wieder vorfeminischen Sicht von Fremden zu disp参igen und wah kümmerteilt iT. Vielen Dank.